Hallo meine Freunde, es freut mich sehr, euch meinen neuen YouTube-Kanal DonkHockey420 vorzustellen. Einige kennen mich vielleicht schon von Facebook, Instagram oder TikTok. Leider habe ich seit meiner Kindheit ein körperliches Leiden und bin seit über 18 Jahren in validen Rente. 2012 habe ich zum Glück Cannabis als Medizin für mich entdeckt. Es hat mir sehr geholfen, besser mit meinen Schmerzen umzugehen und hat meine Lebensqualität in einiges gesteigert. Also seit 2012 bin ich offizieller Cannabis-Patient und habe eine ärztliche Vorordnung, um Cannabis als Medizin zu nutzen. Ich habe mir auch eine Menge Wissen selbst angeeignet und bin über ein Jahrzehnt leidenschaftlicher Grower, Extrakteur und ehrenamtlicher Patientenberater. Seit 2012 teile ich mein Wissen auf Social Media und bin auch ehrenamtlicher Patientenberater für viele Vereine und Firmen. Jetzt ist es endlich an der Zeit gekommen, auch mein Wissen auf YouTube mit euch zu teilen. Es freut mich, euch auch mitzuteilen, dass es nächste Woche mit einer Vlogreise zu Spannabis beginnt. Wir werden uns gemeinsam die Cannabis Social Club Kultur Spaniens ansehen. Ich möchte euch eine Vielfalt von Blüten, Extrakten und Edipus vorstellen und euch einen Einblick in das Vaporisieren und Deppens geben. Wir werden gemeinsam viele Cannabis Veranstaltungen besuchen und bei Cannabis Cups als Jurymitglied teilnehmen. Die nächste Info, was mich sehr freut, ist, dass ein Teil der Reise bei meinem sehr guten Freund CIDV erscheinen wird. Herzlichen Dank für die Möglichkeit. Alle, die was nichts verpassen wollen, schaut unbedingt am 11.3. bei meinem Instagram-Kanal donkoki420 vorbei, denn da fängt es schon an. Es wird extrem spannend und wild, meine Freunde. Ich wünsche euch allen vielen Gesundheit und eine Menge Medizin. Peace.